Klar Haben wir einen Knife-Cast dabei oder war das von den Mobs? Nein, das war von den Mobs Das war von den Mobs Ah, okay Ich find diesen Dreifach-G-Cat mega geil Ähm, PvP ist da glaube ich nicht so gut, aber PvP Ja, da sind Leute Kontakt, Kontakt, Kontakt Warte machen, Waffe check, Waffe check Okay, wir gehen rein In 3, 2, 1, let's go Einmal durch die Backline durch Hopi und Klenia setzen Code, ihr wisst es Ich setze ihn Reset Einer Feidet bisschen Ich muss euch auch fehlen hinterher Ich krieg euch ein Opfer Okay, hinten Er ist tot Er ist tot Geht ihm schwer nach Wo ist er? Geht ihm schwer Weiter nach vorne, weiter nach vorne Oh, scheiße Mach bitte hinter die Mobs durch Ja, ich bin auch draußen bei Die E ist so stark Alle gehen raus Alle gehen raus Ihr müsst bitte die Mobs hier anschauen Ich bin nicht vielleicht gebar und war Ja Er ist durch Ich würd raus Ich würd raus gehen So Ey, was hat da grad so viel Schaden gemacht? Ich hab den Schaden bekommen Also klar, ich hab die nicht leben, aber ich Dachte nicht, dass die Du hattest kein Leben Aber die Du hast schon rot, wie du reingegangen bist Okay, let's go Ja, ja, ja Wollen wir dann fighten? Ja, ne? Ja, klar Da bist du mir ja Mit overcharged, dann easy Die machen den Bus von run Let's go Lass mal durchrennen Dann schaffen wir das vielleicht zeitlich nicht mehr Ja, ich kann eine gleichzeitige Ausfrage Ja Ein Tank zusammenziehen könnte, wäre gut gewesen Fasziniert das eigentlich für Lichter Eingänge, ist doch gut Buh Ich glaub ich, das wird jetzt so sein und das sein Ich würd sagen, wir passen jetzt auf Olivenbaum ist da Ja Der ist von der anderen Seite Ja, ich kann keine Overcharge rausholen Das ist doch hier unten lang Wir haben so vieles gecleared Die machen den Boss Die wollen zum Boss, ja Ich such wieder den Overcharge hier Wollen wir noch auf Olivenbaum warten? Ja, da kommt der schlecht durch Der ist ja auf der linken Seite Man soll einfach reinpushen, wenn wir von einer Seite reingehen Wenn's gut läuft Ansonsten sorry Ja, ich kann keine Overcharge rausnehmen, weil ich es nicht finde Und der ist ja links, oder? Ja, die sind jetzt drinnen Chargen Keine Schnitt Los Ich hab drauf Okay, dann 3, 2, 1, um Engage Ich sollte ja auch ne Backdrop Maze, Alter Einmal durch, einmal durch, einmal durch, einmal durch, komplett durch Voll pushen, voll pushen, voll pushen, voll pushen Voll pushen, voll pushen Olivenbaum zurück zum Heiler Ein das Trupp Und wir pushen weiter, und wir pushen weiter, und weiter Ich setz ne Druidie vorne hin Ja, Guardian Heimer für euch Und dann Pressports Leute Und wir pushen weiter An Heiler Backline Tank Aber, Riese, bei, 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 äh, Windfall hinten Kann man ein bisschen zurück Kann Blatter da hinten aufpassen Einmal in die Masse Er hat das dann Ah, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Ah, ich sterbe, ich sterbe Geh bisschen nach hinten, nach hinten Ich hab noch Riese jetzt hinter, äh, äh, ich... Blatter, der auf, Blatter, der auf Blatter, der ist tot Okay, ich setz euch wieder in Druidie vorne Push mit vor Push mit vor Ja, geht durch Geht durch Healer ist R, B R Push richtig komplett durch diesen hinten Lope, geht ganz durch Bis auf die andere Seite Ja, ja, die verrecken hier alle Ganz, ganz Bitte, 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 bitte Ja, ja Go Ja, nice Vorne die Crossbow Als nächstes Was denn an diese Fäuste? Wer denn was war? Du hast die Mobs Am Backen Ich steh mir gar nicht mehr Geht, aber du kannst draußen Geh weiter Draußen, ja, die wandern auf hier Egal, bleib drin Ey, so viel CC, ne, mit den Fäusten Ne Ne Overtouch dabei Okay, dann erstmal viel Erfolg Und ich schick vielleicht gleich ein paar Leute rüber Ne, da sterben Leute, da sterben Leute Lass mal gucken Lass runter, lass die Lass die von hinten Alter Von hinten Sandwichen Let's go, Junge, let's go Ja, ich seh sie, ich seh sie Ich overcharter, ist mir egal Okay Und wenn alle da sind, können wir rein Dann, wenn, dann können wir rein Los, 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 komm, komm, komm Ja, die stufen jetzt die Mobs Und durch Die, die rennen, die rennen, die rennen Oh, die sind alle low Okay Oh, die sind übelst juicy Sie sind 7, 3, 6, 2 Ich versuch die zu catchen, let's go Der Heiler ist Den Heiler, den Heiler Der, der ist tot Der ist tot, der ist tot Der ist tot Vor, 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 vor Kommt jetzt durch, push Jetzt stehst du weg Ich komm zurück, ich komm zurück, ich komm zurück, ich komm gleich, ich komm gleich, ich komm jetzt, Papi, bist du okay? Ja. Okay. Wir pushen wieder vor, wir pushen wieder vor. Oh lol. Wir haben kaum noch Leben. Ja, geht's, geht's, geht's. Nicht, nicht, nicht da durch, nicht da durch, nicht da durch, geht zurück. Geht zurück. Judy. Geht zur Fischung. Okay, wir haben Keeps verloren. Ja. Beide zurück, beide zurück, bis die Max ist weg. Auf dem Frost, rechts, an der Wand, an der Wand, an der Wand, an der Wand. Alle gestunt, alle gestunt waren. Nochmal gestunt, nochmal gestunt. Ja, jetzt ist es schön. Geil, geil. Geil. Durch, vorne auf die Crossfoot, die Aria Rose muss sterben. Ich hab kein Mana. Oh, ich hab Damage bekommen, richtig. Ich hab kein Mana. Ich mag Reset hier. Ich hab gar keinen Mana. Wir brauchen 6. Ja. Raffi, kannst du mich healen? Danke. Wir können auch desengagen einfach, Leute. Wir müssen jetzt nicht sinnlos hier... Wir heilen uns voll und engagen wieder. Okay? Ich hab keinen Mana. Ich muss auf Manaforts wechseln. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles gut. Die hauen ab. Die hauen sonst ab. Ja, dann go. Kann wechseln. Wie die einfach mehr sind als die und verkacken. Ich glaub's nicht. So wie die Mobs hier gelevelt sind. Ja, Kontakt, Kontakt, Kontakt. Zurück, zurück, zurück. Ja. Geht kurz zurück. Wie seid ihr die Mobs? Geht zurück, wie seid ihr die Mobs? Geht zurück, wie seid ihr die Mobs? Ja, da ist Kontakt. Es waren 7 oder so. Ja. Jetzt noch durch den Choke gehen zurück. Okay. Denk dran, Bachwut. Ja, aber... Killt einfach die Fläbermäuze hier und die Choke ist für uns das Tod eigentlich. Ja. Ja, dann müssen wir dann durchlaufen. Ja, wir können ja raus aus der Choke gehen. Wir laufen durch und dann können wir die in der Choke klappen. Aber nicht. Ja, wenn die uns hinterher laufen. Ne, wenn die Mobs hat ja die Schaden... Das... Ja, haben's doch mal gesagt worden. Ich überleg grad, wo wir am besten lang gehen. Mach den Vogel hier noch. Also rein, Twitch. Wenn wir jetzt hier nach Südosten gehen, haben wir die bessere Sicht. Dann können wir jetzt aber hier unten nochmal machen. Gehen wir doch mal zu unten, die zwei. Ich muss doch mal eh so schnell wieder sein. Ja. Ich bin hier auch cooler. Ich bin hier einfach. Ich bin hier einfach mal kurz wo nicht rein. Okay. Okay. Also sie haben die Chests hier gemacht. Ja. Ich hab das Gefühl, dass sie hier raus gegangen sind. ja schnell die chest gemacht ab wieder nach hause davon ist nicht auf die bücher treten bitte sind sie hier vorne sind sie sind auch noch hier sind die boots und drauf da drauf da ist eine big klamp zwei leute zwei leute wir müssen sterben, wir müssen sterben, wir müssen sterben hab sie nice 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 bitte den healer, scart, scart, den healer ich brauch heal, ich brauch heal resetten, ich... ja, sie hat hier die mobs hier kommt hierher, kommt gut ardex raus da, ardex nicht looten resets unten ihr pullt noch viel mehr mobs, wir sollten resetten der kopf hat rechts unten gelaufen das ist nicht wahr, ich geh halt da ok... lauft weiter nach südwesten ok, die mobs sind resettet warte, Fledermaus Fledermaus, ja genau und wir haben die mobs schon wieder ja, reset, richtig, und wenn der down geht, seit der down kommt, wird noch rechts kommt einer, zwei, drei, vier, fünf gegen der ja aaah, geht noch weg sicher? die haben die nur noch mal, lass du es zuerst, lass du machst lass mich einfach sterben ja die sind hoch doch die kinder einer doch die kriegte die kriegt ja jetzt aber schaut hier ich habe den einen gerade gemäzelt wir sind da noch eine heider waffe oder so ich glaube wir müssen auf jeden fall immer ein heiler stepp mithaben falls jemand stirbt oder oder wir müssten jetzt einfach looten der fern dort wenn der nicht gelootet wurde vielleicht ich bin auch der staub guck mal nach also fern aber wir haben auf jeden fall näher als gut natürlich zu wie hier also centuriox deine sachen liegen die auch immer alle ja ist noch alles ganz oder was hier ist sogar noch einer wo ich habe ihn der war tot am boden der wollte gerade wieder belebt werden habt ihr auch kein heider stepp gefunden hast du einen gefunden wird noch nicht weil ich hier noch gerade am trashen bin ich habe ein freunds darf ein vierer ein siegen kann jemand kann jemand den tragen ich kann den tragen an dem hamster an ja wir kommen gleich saven das hat mich halt gefregt dass man ausglauben sind weil du hast ja keinen akku trainer und man geht hat alles auf mich kann halt ich bin wenn wir ein pvp kontakt haben ist ja scheiße mit der krupp nein hat dann einfach ruhig bleiben das waren vier mobs mehr war das nicht das hat mal easy geteilt gehabt und und als die uns geteilt hätten wir das dann die sie nehmen können ich gehe mich jetzt neu hin und wir sind ja voll ich lute hier gerade noch so ich habe ihr könnt ihr könnt jetzt auf jeden fall die leute leeren aber warum kriege ich dann direkt auch wenn ich hochlau ja ja bei dir ist lediglich die schuhe sind getrashed und das mount glaube ich ich habe das dann einfach eine lootkiste ich nehme das dann wieder mit raus dann ja hier vorne wo ich stehe ist noch ein hirsch drin den kann sich noch niemand raus nehmen für mehr ertrag last ich habe empfinden was fährt das hat 122 wo ist der hirsch also ich bin ganz voll ich kann nichts mehr mitnehmen ja ich bin auch ich bin nur überladen das sommer jemand hatten her schon 107 prozent hat noch jemand hat noch jemand gewicht was er nehmen können ja das habe ich eh schon auch fern dort noch ein lotto zeug ja da liegen noch 300.000 wenn die jemand mitnehmen kann das war die mobs geklärt oder so ohne heilers ja es ist wieder ja dann verdammt nochmal wir sollten langsam gehen sonst kommt gleich eine gruppe mit heiler ja ja ich glaube wir haben jetzt großteil eigentlich alles gelootet ja komm lass es rausgehen 3 2 1 a out ja ich habe jetzt einfach ein t5 pferd getrasht ich habe drei mille dabei krank hier ist noch 8 hier oben sind gegner ja hier die mobs mindestens fünf und die gehen weg gehen zurück was war china irgendwas war das und bitte passt auch da haben die geklärt das ist gut sag doch da war die chest weg ok denkt an buckwood auseinander leute und overcharge backline ist gestarned dann auseinander gehen der mitfälle und verpressen vor dem wenn er braucht mitfälle ich will die boe misst weiter rein bringen den hopp es sind alle geklampt alle geklampt ich will die steht in der mittel für die milis wird es reset nur drin bis kommt passt auf die mobs außen ja geht nicht zu tief Luna ja ich bin schon unterwegs ich kann grad nicht stunnen ich kann grad nicht stunnen xzy ist ganz low hier läuft der perma weg heiler läuft hier oben auch weg ja scheiß auf den heiler wenn ihr den nicht kriegt ich kann mal tot ich gehe oben weg naja das sind die 8 heiler also den würde ich nicht weg lassen ja gut gemacht gute fight niemand gestorben ja nice ja das waren aber auch mehr als wir das waren einige mehr als wir na hamster wie findest du jetzt die feiste also vielen hamster bleibst du bei den anderen joh 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 warum bin ich jetzt overloaded what the fuck der ist gleich gedowned der ist gedowned ich pull die mobs ok ich loote ganz schnell ja 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 ah ich bin down aber egal lass dich schnell raub bist du fertig noch mal Vielen Dank.